Aaaaaaah 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 Und heute habt ihr herzlich willkommen auf meinem rostigen Kanal, ihr Freunde auch nie wirklich Danke für's Gespräch Ich wollt's sagen... herzlich willkommen auf meinem rostigen Kanal Ich bin aber Zeit für ein bisschen FNAF FANGAME Heute spielen wir zusammen Five Nights at FASBIROS. Spiele ich von 2015. Press C to View, Control. Seht mal gut. Mouse, IQ, Interact. F12, Screenshot, Result Game. Show System Info, Escape, Exit, CM, Control, Flashlight, Space, Radio. Ich würde sagen, wir starten einfach mal. New Game. Muss man kurz. Muss ich da ein bisschen ranziehen. Oh, Leute. Das war ja mal eine heftige am Anfang, oder? Oh, bin jetzt schon fix und fertig. Oh. Skip Intro. Night Zero, 12 a.m. Press Space to use radio. Yes, Control is even if you have time. What? Oh, hello. Hello. Hey, is everything okay in there? Well, we are just curious. Well, you only lately already heard about that incident. Okay, is this thing? In case you don't know, I am not trying almost kill the customer. We will know exactly what's happened, but we are still investigating. We are trying to do the security of the restaurant. Please, I am not going to go to the place. We need you to watch after our children and make sure that no incident of this nature should happen again. Well, I think that's it. Connect it to the night and tomorrow we will give you more details. Wieso, wieso kann ich hier nichts machen? Frag ich mich. Wieso stand Licht? Wo scheint das Licht hin? Ich verstehe es nicht. Wieso kann ich hier nichts unten machen? Ah, jetzt kommt's. Ah, es kommt auch mal. Ist ja wunderbar. Press Space to use radio. Wo ist denn wir hier? Kitchen, Diner Room. Moment, damit ja vielleicht ein bisschen. Ich mach mal kurz. Äh, Moment, ich möchte mal kurz. Hallo. Äh, euch zeigen, was ich mach. M-m-m-m-zick-ding-ding-ding. So jetzt. Damit ihr seht, was wir überhaupt hier machen. Da hab ich jetzt meine Mausenzeiger eingeblendet. Aber ich finde es so cool. M-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m. Ich liebe das, liebe ich. Da ist nichts. Oh. East. Power generate. Aber wieso ist er immer noch... What? Game over? What? Continue. Mist. Ich komm mit. Ich bin noch nicht so eins. Yo. Duh-duh-duh-duh-duh. Jetzt hab ich ja drauf gedrückt. Ah, jetzt kommts. Energy. Oh, hello? Hello? Hey, is everything okay in there? We're just curious. Well, you mostly likely already heard about the incident. In case you don't know, Iron Autonic almost killed a customer. We'll know exactly what's happened, but we're still investigating. We're trying to implement more security in the restaurant. We're excited to move you to the day shift. We need you to watch after our children and make sure that no incident of this nature will happen again. Well, I think that's it. Generation to the night and tomorrow we'll give you morning. Good luck. Energie. Energie habe ich immer gebraucht. Ist erst eins. What the hell? Hier ist niemand. Hier ist niemand. Ich gehe mal zurück. Mach mal meinen... ...Generator. ...Generator. ... ... ... Oh damn. Game on up. Batsch ... Das habe ich wieder falsch gemacht. Ich weiß es nicht. Biam. Erst mal guten Start in morgen. Halte das. ... ... ... Oh, hello? Hello? Hey, ist alles okay in der... ... Wir sind sicher. Well, Sie haben bereits gehört über das ... ... Inzident. In case Sie nicht wissen, Iron Notronic ... ... hat fast zu töten die Kunden. Wir wissen genau was passiert, aber wir sind noch investigiert. Wir versuchen, mehr Sicherheit in der Restaurant. Wir sind bereit, Sie zu besuchen. Wir brauchen Sie, nach unseren Kindern zu sehen ... und sich sicher, dass keine Dinge über diese Dinge wieder passieren. Well, ich denke, das ist es. Wir sind in der Nacht und morgen geben wir Ihnen noch mehr Details. Good luck! What? Leute, ich mache ja schon Fun, gell? Ich lieb's einfach. Ich mag's einfach zur Zeit. ... zur Sache zu spielen. ... ... ... ... ... ... Hier ist ja keiner. Hier ist niemand. Und er geht nicht weg. Ist hier jemand? Nein. 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 Hier ist niemand. Hier ist keiner. Hier ist keiner. Hier ist keiner. Generate. Saft aufladen. Bin mal gespannt, ob ich es überhaupt jemals über eins hinaus bringe. Oh, da ist einer. Hier ist niemand. Nein, nein. Oh, nein. No, niemand zu Hause. Hier ist keiner. Hier ist niemand. Er ist weg. Ja, hier ist keiner. Hier ist keiner. Hier ist keiner. Hier ist jemand. No. Wo seid ihr? Freunde. Ah, ich bin ein bisschen sprachlos im Moment. Wie ihr seht. Oh, Hall West. Hier ist niemand. Hier ist niemand. ich liebe es erst hier hier ist niemand hier ist niemand ich hoffe ich mache alles richtig ich weiß es nicht aber immerhin haben wir schon 3 Uhr Freund ich würde es so gerne schaffen wenigstens eine Nacht Nein Nein Bitch Damned Man Continue Nein 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 Ich bin so schlecht Leute es tut mir so leid Ich bin so schlecht Leute es tut mir so leid Wir wissen genau was passiert aber wir untersuchen noch Wir versuchen mehr Sicherheit in unserem Restaurant zu ermöglichen Wir haben dich zu dem Laden So was muss was Radio reloaden Macht das Sinn Ich weiß es nicht Ich weiß es nicht Ich probiere es einfach mal Wir drücken halt einfach mal ein paar Tasten Nein Wir drücken halt einfach mal ein paar Tasten Ich muss kurz anleuchten Hallo Freunde What? Creepy Sound Einer fehlt Einer fehlt What? Wieso? Mich tut die Nase Warum? Was macht der alte Mann schon wieder falsch? Könnt ihr mir das sagen? Hello Hello Is everything okay in there? Hello 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 I have some little skimmel Vielleicht You probably likely already heard about Da incest In case you don't know Arayna які almost kill the customer We'll know exactly what's happened but we're still investigating We're trying to implement more security in the restaurant Ja, das kann man gebrauchen, oder? Oh no. Warum? Sagt mir mal bitte einer, warum? Soll ich jetzt einfach in meinem Kämmerchen mal hocken bleiben? Nein, ich wollte nicht zu mir, ich wollte kurz, mir ist eigentlich egal. Ich hab's eh nicht geschafft. Rötchen, Incidents in Fastbeard, Pisa. Komm, mach hin. Ich düssel. Ich düssel, düssel. 9, 0, 12, AM. Ich weiß nicht was ich mit dem... Hallo, hallo? Hey, ist alles okay in der? Ja, ich bin der Marschweller von Zasa. Ja, ich bin der Marschweller von Zasa. Ich weiß nicht, dass wir die Kämmerchen haben. Ich weiß nicht, dass wir die Kämmerchen haben. Wir wissen genau, was passiert. Wir wissen, was passiert. Wir versuchen, mehr Sicherheit in der Kämmerchen. Wir versuchen, mehr Sicherheit in der Kämmerchen. Wir sind bereit, um dich zu den Tag-Schiff. Wir brauchen, um dich nach unseren Kindern, und sicher, dass kein Kämmerchen von dieser Kämmer passiert. Ich denke, das ist es. Ich denke, das ist es. Wir werden morgen noch mehr Informationen geben. Gut, Glück! Gut, Glück! GENERATOR! Und wo kommt er? Wo ist er? Oh! Nirgends? Ich sehe nirgends. Aber ich habe diese komische Geräusche wieder gehört. Kitchen. Hier ist keiner. Hier fehlt einer. Da ist er, da ist er, da ist er, da ist er. Ja, nirgends. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich habe keine Ahnung. Leute. Ich sammle mich ja den Mund trocken. Oh, schwer. Oh nein! Bitch! Warum? Leute, ich kapier's nicht. Ich... Ich würd sagen, einmal probier ich's noch und dann... kurz mit dem Ohr schlicken. Continue! Mann! Was mach ich falsch? Bitte helf mir doch! Was mach ich falsch? Was mach ich falsch? Was mach ich falsch? Nein, halt die Fresse! Ich mach das einfach mal wieder spielen mit meinem... Celebration! Oh, hallo, hallo! Hallo, hallo, hallo! Hey, 13 ok in there. Just curious. Well, you've only likely already heard about that incident. In here you don't know, I don't know. We're trying almost kill the customer. We'll know exactly what's happened, but we're still investigating. We're trying to sell a bit more security in the restaurant. We decided to move you to the day. We need you to watch after our children and make sure that no incident of things will happen again. Well, I think that's it. Don't make it to the night and tomorrow will give you more details. Do I need more energy? Generate. Generate energy! Let's see! Damn, 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 damn! Oh! Er ist noch hier. Er ist ja noch hier. Hab ich ja alles richtig gemacht. Ich leuchte ihn mal an. Stört ihm das? Ich weiß es nicht. Jetzt ist er weg. Boah, das geht's gut oder falsch? Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Jetzt ist er hier. Ja. Muss ich das machen? In Anleuchten und Radien? Ich probiere es mal. Ob mich das stört. Vielleicht haut er ab. Verpiss dich, verpiss dich. Tut sich aber nichts. Ach doch, jetzt ist er weg. Ich hoffe, ich mache es richtig diesmal. Oh, ich brauche alles Energie. Er ist weg. Das ist nicht gut. Das ist nicht... Oh, nein! Ich wollte gerade zurück. Ich habe ein Segen gesehen im Eck. Ich wollte gerade zurück. No! Shit! Damn! Ja, Leute. Ich würde sagen, fürs erste Mal langsmal... Es ist nicht ganz einfach. Aber das ist ja... Heißt ja, das ist das schlechte. Ich finde es ein cooles Spiel. Wie gesagt, ist von 2015. Mal schauen, ob ich es weiter spiele. Stickt an euch. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Soll ich es nochmal probieren? Habt ihr einen Tipp für mich? Was ich besser machen kann? Würde ich mich sehr drüber freuen. Schreibt mir doch. Gibt mir einen Tipp. Dann spiele ich es auf jeden Fall weiter. Ich bedanke mich für's Zusehen. Das war Five Nights at Fastbears. In dem Sinne, vielen Dank für's Zusehen. Und bis zum nächsten Mal. Euer Rusty. Ciao. Danke. Tschüss. 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 Tschüss.